Hallo und herzlich willkommen! Ich bin Hennessy Cook, der Koch von Dynamic Food und heute zeige ich euch mal was für den Herbst. Ich habe das von einer anderen Bloggerin bekommen, dieses Rezept. Ich verändere es ein bisschen im Mindstyle. So, das ist auch schon alles, was wir brauchen. Wir brauchen ein bisschen Ingwer, Zitrone, Knoblauch und eine Möhre. Wir haben alles ganz klein geschnitten, weil wir werden das jetzt gleich mixen. Die Zitrone mit Schale, die Schale hat viele Vitamine und wir packen das jetzt alles in einen Messbecher und pürieren das. Was nicht in den Zutaten stand. Ich habe jetzt 250 ml Wasser, das kippe ich auch noch da ebenfalls rein. Wir brauchen ja ein bisschen Flüssigkeit. Das ist ein Pürierstab. So, unser Drink ist soweit fertig. Wir sieben den nach 20 Minuten ab. Einmal schön durchziehen lassen noch und dann geht es weiter. Der nächste Schritt ist einfach unsere Suppe hier in ein Gefäß kippen. Das schön hier durchmatschen. Ungefähr noch mal 10 Minuten stehen lassen, damit wirklich alles durchläuft. Unser Saft haben wir in einen Becher gekippt. Kurkuma. So einen Esslöffel. Das ist unser Spezial. Rezept, Zutate, wie man noch sagen möchte halt. Juice Plus. Eine von unseren Kapseln. Machen die einfach auf und kippen das hier einfach so rein. Wir sind ja jetzt auch schon am Ende. Wenn man möchte, kann man sich hier noch Honig oder sonstiges reinpacken. Für den Geschmack, weil es wird recht bitter schmecken. Wir shaken das jetzt hier ordentlich durch. Shaken, 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 shaken und man wird gesund. Ungefähr 10-20 Sekunden wird das richtig einmal durchgeschenkt. Und der Saft ist eigentlich im Prinzip fertig. Er ist sowas von gesund. Also ich trinke jeden Tag. Eine so eine Portion, ich würde sagen, Milliliter ungefähr sind das. Das sollte vollkommen ausliegen. So, komme ich jetzt hier mal zum Schlusswort. Ich genieße meinen Drink mal schnell. Gar nicht lecker. Knoblauch haltig. Vielleicht ein bisschen Zucker dazu tun. Oder was auch immer. Man könnte vielleicht auch noch eine Kiwi reinpacken. Auf jeden Fall jeden Tag trinke ich jetzt erstmal ein Gläschen davon. Und dann sollte ich auch auf jeden Fall wieder gesund werden. Das ist mein Geheimtipp für euch. Einfach nachzumachen. Euer Dynamic Food. Und noch einen wunderschönen Herbst.